Die Bodenoffensive im Israel-Krieg könnte verlustreich werden, warnen Experten. Im dicht besiedelten Gebiet und in den Tunnel lauern viele Gefahren. Seit der Attacke der Hamas-Kämpfer bereitet sich Israel auf eine Bodenoffensive im Gazastreifen vor. 300 000 Reservisten wurden im Israel-Krieg mobilisiert, Panzer und Truppen an der Grenze zusammengezogen. Doch eine Bodenoffensive dürfte schwierig und verlustreich werden. Der Gazastreifen ist dicht besiedelt. Auf 365 Quadratkilometern, etwas mehr als der Fläche des Kantons Schaffhausen, leben rund 2,3 Millionen Menschen. Panzer sind in so engem Gebiet kaum von Nutzen. Ein weiteres großes Risiko bergen die Tunnelsysteme, die das Gebiet durchziehen. Alexander Greenberg vom Tinktank Gis sagt der Bild, der Kampf werde lange, schwierig und verlustreich. Und Militärexperte Guy Katz vergleicht ihn mit jenem der US-Truppen in Vietnam. Es würden viele böse Überraschungen warten. Die Hamas verfüge über neue Waffen, Taktiken und Technologien wie Sprengdrohnen oder Terrormotorräder, es werde ungemütlich. Jedes Gebäude, jede Etage, jeder Raum, jeder Keller muss geräumt werden, sagt David Petreus. Der ehemalige Kommandeur der US-Truppen im Irak und Ex-CEA-Direktor gab der britischen Times ein Interview. Im dicht besiedelten Gebiet gäbe es auch viele Hochhäuser, was die Aufgabe zusätzlich erschwere. Israels Truppen konnten den Häuserkampf im Gazastreifen mit der Attrappenstadt Baladia üben. Doch auch die Hamas hätten Monate Zeit, sich vorzubereiten, sagt Petreus. Es wird teuflisch schwierige Hinterhalte geben, Räume, die so manipuliert sind, dass sie in die Luft fliegen. Der ehemalige britische Offizier Andrew Gaylor spricht von einem 360-Grad-Schlachtfeld. Die Bedrohung lauere überall, auf den Dächern und in der Kanalisation. Eine Schwierigkeit sei auch die Unterscheidung von Freund, Feind und Zivilist im engen Gebiet. Katz warnt vor dem Kampf in den Tunnels, es sei eng, es komme immer nur einer rein, wodurch es sehr lange dauern würde. Bis zu 50 000 Terroristen würden sich im Untergrund verstecken. Greenberg aber sieht in den Tunnels auch eine mögliche Falle für die Hamas-Kämpfer. Gelinge es der israelischen Armee, die Eingänge zu lokalisieren, könnte sie mit Robotern eindringen. Israel hat angekündigt, die Hamas auslöschen zu wollen. Ex-CEA-Direktor Petreus sieht dies als die schwierigste Kriegsaufgabe in einem Siedlungsgebiet seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Faktoren seien unvergleichlich und beispiellos. Ein weiteres Ziel ist die Befreiung der über 100 Geiseln im Israel-Krieg. Auch dieses dürfte schwer zu erreichen sein, da die Hamas mit der Ermordung der Verschleppten gedroht hatte.